Hallo, ich bin hier auf der Burg Reichenstein und ich nehme mich jetzt mit in mein Zimmer. Das ist so schön hier. Hier ist der Eingang. Hier geht's raus auf den Balkon. Oh, ist das schön. Boah, sieht das geil aus. Oh, ist das eine geile Dusche. Da freue ich mich schon drauf, die zu benutzen. Voll schön. Was ein geiles Badezimmer. Boah, ist das schön. Guck. Boah, ist das schön. Das ist ein richtiges Apartment hier. Boah, ist das geil. Nimm mal schlicht an hier oben. Verdammt. Dusternis. Ah, jetzt. Ja, krass. Jetzt guckt euch das mal an hier. Boah, ist das schön. Tada. Da unten steht mein Koffer. Boah, ist das geil. Und gemütlich. Richtig gemütlich. Warm und gemütlich. Boah, hier freue ich mich schon drauf zu schlafen. Boah, ist das schön. Knarps, knarps. Alte Böden. Voll schön. Was haben wir hier noch für einen Raum? Spannung. Guck. Ach guck, hier ist die Toilette. Die ist separat. Richtig cool, oder? Die Lichter sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wo war denn das Licht jetzt von? Ach, die ging automatisch an. Toilette ging automatisch. Die Lichtschalter sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich muss mal so drehen. Oh, wie gemütlich. Und hier kann man dann sitzen, ganz entspannt, und lesen. Zum Beispiel. Oder nachher am Laptop. Oder direkt oben im Bett ist auch schön da. Voll schön. Das ist richtig cool. Richtige Galerie da oben. Hier. Das ist richtig cool. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.